Die Jungs hatten jetzt ein paar Tage Urlaub, von daher werden wir sicherlich auch mal schauen, wie sie im athletischen Bereich konditionell drauf sind, aber primär gilt es schon uns einzuspielen jetzt für die Weltmeisterschaft mit Handball natürlich. Ja, wir haben wie gesagt eine kurze Vorbereitungsphase, sind vier Tage in Steinbach zusammen, werden dort sicherlich viel arbeiten müssen, um jetzt die Mannschaft gleich auf gutes Niveau zu bringen und dann können wir den Ernstfall schon bei diesem hochkarätig besetzten Turnier auch testen. Ja, es freut mich für die beiden, dass sie jetzt schon Einsätze in der A-Mannschaft hatten. Basti war jetzt schon beim zweiten Länderspiel, heute wird es ein drittes sein und bei Thiel war es das erste in Israel, die haben das beide mit Bravour gelöst und es ist immer toll, wenn Juniorenspieler schon frühzeitig in der A-Mannschaft eingebunden werden. Sie können diese Erfahrungen, die sie dort gemacht haben, sicherlich auch gewinnbringend in die Juniorenmannschaft einbringen. vom Kronoops vom Kronoops vom Kronoops Untertitelung des ZDF, 2020